Nach Angaben der britischen Tageszeitung The Times plane Großbritannien, die russische Söldnergruppe Wagner künftig als Terrororganisation einzustufen. Dadurch soll sich der Druck auf Russland erhöhen. Für die Wagner-Anhänger könnten finanzielle Sanktionen und andere Strafen folgen. Das Innenministerium Großbritanniens soll sich bereits seit zwei Monaten mit dem Vorhaben beschäftigen. Wie The Times überrichtet, stehe ein Verbot der Wagner-Gruppe unmittelbar bevor. Die Wagner-Gruppe ist eine russische, paramilitärische Organisation, die von Yevgeny Prigoshin geleitet und auch als russische Privatarmee bezeichnet wird. Die Söldner führen den seit Monaten andauernden Kampf in Bachmuth an und sollen an unzähligen Kriegsverbrechen beteiligt sein. W certificate先生, wie hier aufhören muss. Bis zum nächsten Mal.